Im Zuge der modernen natur-ethischen Diskussionen in unserer Gesellschaft beschäftigen sich einige Menschen mit der Fragestellung, welche Lebensformen denn jetzt schützenswert seien und warum? Hier kann eine Antwort der Biozentrismus geben. Der Biozentrismus ist eine ethisch-philosophische Anschauung, welche das komplexe Leben der Natur in seiner Essenz zentriert und in einem Ethos der Mitgeschöpflichkeit würdigt. Ein bedeutender Begründer dieser Ethik, die er Ehrfurcht vor dem Leben nannte, ist der Arzt, Organist und Philosoph Albert Schweitzer, der aus einer christlichen Perspektive heraus an die Wertschätzung der Schöpfung und ihrer Geschöpfe in ihrer Gänze appellierte, weil sie alle den göttlichen Funken in sich tragen. Die Natur kreiert mannifaltige Schönheit auf der mikrokosmischen und makrokosmischen Ebene und lässt Lebensreiche entstehen. Allein ihre geometrischen Symmetrien, wie die im Anglitz einer Blüte, zeigen ihre inhärente Harmonie. Mit Leben ist im biozentrischen Kontext nicht nur das Tierische gemeint, sondern auch das der Pflanzen, Pilze, Einzeller und Bakterien. Im Biozentrismus besitzt die belebte Natur einen Eigenwert unabhängig von den Bedürfnissen des Menschen. Alles Leben ist lebenswert und schützenswert. Die moderne Ökologie zeigt uns den Netzwerkcharakter der Natur auf. Auch hier gründet sich das Fundament der biozentrischen Ethik. Leben bestünde in Beziehungen. Damit diese Beziehungen aufrechter Halt werden können, muss sich die Ethik auf alle Lebewesen ausweiten. Der Anthropozentrismus hingegen, welcher nur den Menschen zentriert und diesen in seiner angeblichen Überlegenheit profiliert, sieht in der Natur nur eine nützliche Ressource für die Entfaltung des Menschen. Im biozentrischen Denken ist der Mensch ein Mitglied der Lebensgemeinschaft auf der Erde, ein Teil eines organischen Systemkomplexes. Der Mensch reiht sich in den Kreis der Lebewesen ein, anstatt über diesen zu thronen. Die anthropozentische Wohlstandsambition von Milliarden von Menschen sprengt die biophysikalischen und biochemischen Grenzen unseres Planeten. Eine negative Auswirkung des ignoranten Anthropozentrismus. Ein pragmatischer, durchaus auch anthropozentischer Vorteil, den rücksichtsvollen Umgang auf die gesamte belebte Natur auszuweiten, liegt demzufolge darin, dass das Leben auf der Erde in vielschichtigen Ökosystemen organisiert ist, welche auch die Lebensgrundlage des Menschen generieren. Albert Schweitzer war deswegen der Auffassung, dass man Lebewesen nicht einfach auf Abstufungen reduzieren dürfe. Albert Schweitzer sagte dazu, Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Dies sei eine Tatsache unserer Existenz und deswegen Folge aus dieser Prämisse, Gut ist, Leben erhalten und Leben fördern, Böse ist, Leben vernichten und Leben hemmen. Die Ethik sei laut Schweitzer die grenzenlose Verantwortung über alles, was lebe. Seiner Einstellung zufolge bedeutet Ethik die aufrichtige Hingebung zum Leben und den Geist der Humanität umzusetzen. Sie bildet den Gegensatz zur Weltverneinung. Eine rücksichtlose Schädigung von Lebewesen war für Schweizer mit ethischem Verhalten nicht vereinbar. Abgeleitet aus diesem Grundsatz beschreibt er konkrete alltägliche Handlungsweisen, die ein ehrfürchtiger und so mitfühlender Mensch befolgt. So würde ein ethisch aufrichtiger Mensch kein Blatt abreißen, keine Blume brechen, kein Insekt zertreten und kein Fleisch verzerren. Ein Mensch, der biozentrisch handle, würde auch den Regenwurm vom Wege nehmen und ihn ins Gras legen, um diesen in Sicherheit zu wissen. Solche Taten werden von gewöhnlichen Menschen, die nicht die Ehrfürchtung im Leben fühlen, belächelt und relativiert. Schweitzer meinte aber, dass man sich trotzdem nicht scheuen dürfe, ethisch zu handeln. Gerade dies stellt die Erhabenheit des Menschen dar, sein Handeln für die Wärmherzigkeit zu nutzen, zu heilen und zu helfen und sich eben nicht in der Negation und in der Gewalt zu verlieren. Die wahre Menschlichkeit und ihr Potenzial bestanden für ihn darin, aus dem Eigensinn herauszutreten und die illusorische Fremdheit anderem Wesen gegenüber abzulegen, um mit ihnen die Welt mitzuerleben. Die daraus folgende Gewaltminimierung betrifft auch das Leben der Menschen. Biozentrische Menschen sehen den Gedanke der Liebe und Wertschätzung. Menschen sollen miteinander in Verbundenheit und Frieden leben und nicht in Trennung und Hass. Hass kann niemals mit Hass neutralisiert werden. Dies funktioniere nur mit der Qualität der annehmenden Liebe. Demzufolge stellt der Biozentrismus einen Gegenpol zu menschenabwerdenden Haltungen dar, wie Sexismus, Rassismus, Homophobie oder Antisemitismus. Die biozentrische Ethik unterstützt den Menschenschutz, den Schweizer selbst als Oberarzt realisierte, indem er Benachteiligten ein Leben lang half. Diese Erweiterung des Mitgefühls und der Wertzusprechung verlaufe für Schweizer parallel mit einer Bewusstseinsentwicklung der Menschen. Für Albert Schweizer gehört in die Essenz seiner Lehre nicht nur eine progressive Ethik für das Miteinander, der einer Lebensbejahrung inhärent ist, sondern man gelange mit dieser in ein geistiges Verhältnis zum Universum. Er meinte, wir leben in der Welt und die Welt lebt in uns. Selbst wenn ein Mensch nur wenig imstande ist, Angst und Leid von Lebewesen zu nehmen, so erhalte er dennoch das Glück in diesem Wesen. Jedes Lebewesen ist ein kleines Universum, eine kleine Emergenz dessen, ein Zentrum des Lebens, welches wir aus Hingabe erforschen dürfen. Der Biozentrismus bezieht sich nicht nur auf eine sozial-ökologische Komponente, sondern auch auf eine intellektuelle. Bildung verhelfet den Menschen, die Welt und ihre Lebensformen in ihrer Multidimensionalität zu verstehen. Schweizer schrieb hierzu, durch sich das erweiternde Wissen werden wir zu immer größerem Staunen über das uns umgebende Geheimnis des Lebens angeregt. Leben transformiert unaufhörlich molekulare Energie, auch im Übergang von Geburt und Tod bis hin zur Umwandlung des Körpers in Erde, die wieder neues Leben hervorbringt. Wir sind Sternenstaub, welcher vor Milliarden von Jahren fusionierte. Diese Konstruktionen sind sowohl ein naturwissenschaftliches als auch ein spirituelles Phänomen unseres Universums, welches wir als solches erkennen können. Leben fordert zwar Leben ein, um diesen ständigen Energietransfer zu ermöglichen, aber wir Menschen haben einen Ermessungsspielraum mit unseren täglichen Handlungen und Entscheidungen, die stets auf das Geschehen Einfluss nehmen. Und dieser Ermessungsspielraum ist das Medium des Ethischen. In diesen zeigt sich, wer aus dem Ego heraustreten kann und sich dem Verantwortungsbewusstsein hingibt. Dies diene auch dem Menschen selbst, denn Ehrfurcht zu empfinden, macht glücklich und dankbar. Sie lässt einen Wunder wahrnehmen und nach diesen Fragen und führe so zur Erkenntnis. Wir Menschen werden zudem mit einer Art Biophilie, einer Liebe zum Lebendigen geboren, die sich unter anderem dann offenbart, wenn wir uns über einen wachsenden Pflanzenkeimling freuen oder jenes zufriedene Verbundenheitsgefühl in einem Wald spüren. Weiterhin sei ein Charakteristikum seiner anvisierten, umfassenden Empathie nicht nur ein Zeichen von hoher emotionaler Intelligenz, sondern macht uns Menschen zu humanitären Geschöpfen, die vielleicht sogar den Spezizismus eines Tages überwinden, welcher uns dazu veranlasst, irrationale bzw. kulturell konditionelle Differenzen zu setzen, wie das Schwein milliardenfach zu töten und den Hund zu streicheln, auch wenn beide über eine ähnliche Intelligenz verfügen. Allein eine relative Kriterienbestimmung von Wertzusprechung steht dem Biozentrismus im Wege. In ihm ist nichts absolut, er repräsentiert keine dogmatische Ideologie, aber einen liebevollen Anstoß, unsere Kräfte zu vereinen, um wieder mehr Harmonie und Ehrfurcht in die Welt zu bringen, in welcher wir als Einheit gedeihen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!